Was macht der da? Hori! 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 Der ist vor allem sowieso, sowieso. Der ist ganz komisch. Er verteidigt die Black-Kicks gar nicht. Der lässt es einfach passieren. Der war nicht in die Eier. Der war nicht in die Eier. Der war clean. Der war clean. Stell es dir vor. Ui! Der dückt sich so komisch. Ich weiß nicht, was der da macht. Der war gut gestolpert. Merde! Der war gut. Der war gut. Der war gut. Moment. Zij moeten boven. Hali! 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 Má ktis af bro. Het wordt een pint, dupelke pintel. A pintel, badda. Maak het niet uit. Ik pas je naar dicht. Die Aufregung hat er echt nicht gegenüber gesagt. Der zählt, der fällt. Wenn er sich beeilt, noch 15 Sekunden. Okay, er hat sich wieder recovered. Er hat Alistar viel zu lange gebraucht. Er steht in der Mitte. Im letzten 3 für heute. Ja, ja, ja. Lecker mal, lecker mal. Ich wieder. Also, der ist nicht wie bei jedem Kampf, Alter. Der kommt weniger die Kämpfe, sondern ist nur am Baum und Kiffe. Kann man jetzt so? Warum komm ich da überhaupt hier hin? Warum komm ich da überhaupt hier hin? Ja, ich bin ja nicht wie bei jedem Kampf. Warum? Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Aber der Ende ist, dass er so die ganzen anderen vorwärts kam. Volle. Hohen alle ab. Noch ein Knockdown, dann ist es vorbei. Du bist das geisteskrank. Jetzt sind wir das. Geh es weiter. Holy shit! Bruder, du hast echt einen Stoppen mit der Scheiße! Du hast einen Stoppen mit der Scheiße! Es war er!